jo freunde was geht willkommen hier zurück zu einer neuen folge minecraft one block und in der letzten folge also ihr wisst ja ich bin gestorben und ich habe ein wasser einmal verloren aber ich habe in der letzten folge eine eisenspitze gemacht hier ein bisschen weiter gebaut und ja hier das hingebaut weil mir jemand geschrieben hat dass der mehr ersetzlinge gibt wenn die bäume oder die blätter natürlich abfallen und in dieser folge möchte ich so ein bisschen noch mal mehr tour dran holen vielleicht auch noch mal jetzt hier diese eine wand hier fertig bauen sehr sehr cool und dafür muss ich erst mal ein paar Blöcke fahren OO so wie ist er denn aufgestanden ja auch Hundi Hundi da kannst du nicht bleiben Hundi ihr habt immer noch keine Namensideen in die Kommentare geschrieben also heißt er jetzt so lange heißt er Hundi und bleibt da hoffentlich bleibt er da okay ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter so ich habe wirklich ein bisschen gefarmt also ein bisschen eigentlich auch nur hier kann ich noch mal einen draufsetzen aber das Ding ist halt wir kriegen in letzter Zeit wenig Bruchstein wenig von Eichenholz das könnte zu einem größeren Problem werden hier müssen wir einmal hier wow daneben springen genau geil und ja das ist jetzt halt so ein Problem dass wir ja diese Farm muss halt endlich mal fertig werden damit wir viel Loot bekommen wisst ihr was ich meine es wird geil also wir werden viele Level und auf jeden Fall auch viel Loot bekommen aber wir brauchen halt noch ganz viele Blöcke um diese Fläche da auszufüllen und ja das brauche ich nicht aber der macht glaube ich viel Schaden oder das war dumm definitiv dumm und der hier lang schau ja siehst du wie sich das anfühlt ja mit viel von diesen Steinen hier von diesen anderen haben wir irgendwie von denen den wir brauchen zum Beispiel Holz oder so haben wir gar nichts die mangelst das ist schwerer als ich dachte wo ein Block Steine Steine und auch keine Mops ich glaube das ist dumm ich glaube das ist dumm das sieht aus als wenn wir gewinnen ja easy ich habe Knochen ich habe zwei Knochen bitte yes und da ist der zweite Hund und der Baum ist auch gewachsen komm 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 ne ne da kannst du nicht drinsitzen bleiben ey wo läufst du denn hin? komm sonst fällt sie runter hundertprozentig fällt sie sonst runter ey wir kommen die ganze Zeit jetzt nur dort aber ich möchte jetzt mal hier diesen Baum abbauen Baum abbauen das ist mir jetzt mal egal wegen Sitzlingen ich habe noch drei Bäume die hier wachsen vier, fünf ja das ist genug Beware am Monsterpartner oh mein Gott ich ich werde hier sowas von sterben oh mein Gott ja Leute was ist hier los ok alles ganz gechillt oh Gott ich habe kein Essen ich habe ein Herz ok das ist ein was ist ein Herz wo ist ein Herz oh mein Gott oh mein Gott Leute ok den habe ich tot den auch das ist ein Herz das ist ein Herz Raus hier. Okay, da wurde auch ein bisschen weggesprengt. Ey, die haben... Eisenhelden. Wo schießt der denn noch Milch? Der da? Ja. Boah. Ey, also... Haben die mir auch noch einen Block geklaut? Danke. Ja, aber eigentlich... Eigentlich ziemlich cool. Ich habe jetzt einen Eisenhelm und ein Eisenschwert. Und hätte auch jetzt viele Blöcke und so. Ich sortiere die hier jetzt mal alle ein, weil ich habe keinen Bock, dass ich die hier gleich wieder verliere. Weil ich sterbe. So, Leute, ich habe jetzt alles ein bisschen einsortiert. Und... Und baue jetzt hier noch die Stämme hin, die ich bekommen habe. Und... Hier... noch ein paar der Blöcke, die ich bekomme. Und der Baum hier ist gewachsen. Das ist sehr, sehr gut, da... Hier auch alle Blätter so... Droppen lassen kann. Der Baum ist auch gewachsen. Geil. Ey, Leute, das ist die Todesfolge. Ey, ich darf keinen dünnen Wege bauen. Ich sterbe. Ich sterbe sonst immer. Immer. Ey, wäre mein Eis ins Runter gefallen, ne? Das... Wäre nicht ganz so geil gewesen. Oder ich laufe einfach nur mit Sneaken hier rum. Ja, aber dann brauche ich Swift Sneaken. Also Ruschen. Na, wenigstens habe ich hier noch einen Baum. Und noch ein Setzling. Ich ziehe mal wieder hier. Und... Das kann ich noch nicht bauen. Dann tue ich das mal hier ein. So. Ey. Ich sterbe hier so oft. Ganz ehrlich. Ich habe Angst bei jeder Sache, die ich hier mache. Zu sterben. Wirklich? Okay, Leute. Warte mal, hier ist ja fast schon alles zu Gras geworden. Hey, wie geil. Also ich komme ja noch eigentlich relativ gut an Holz. Weil ich ja hier die ganzen Bäume gepflanzt habe. Und ich habe hier auch schon wieder ein bisschen One Block abgebaut. Und da wieder 20 Erde bekommen. Womit ich mich dann jetzt erst mal wieder hoch bauen kann. Der hier ist auch fertig. Und nur noch ein Ding. Und... Und... Halbes Herz. Ist klar. Ja. Also ich brauche jetzt nur noch Eichenholz-Stände und noch ein paar... ... Und dann... Ihr Bruststein. Und dann ist das Einfachste fertig. Und ich habe ein halbes Herz, Leute. Ich lege jetzt alles rein. Und springe einmal runter, weil ich habe zu wenig. Herzchen. Nice. Und jetzt alles in meine Brach wieder rausnehmen. Und einsortieren. Und dann habe ich jetzt auch wieder alles einsortiert und kann weiter abbauen. Leute. Ich probiere jetzt mal ganz kurz was aus. Ich habe eine Frage. Sieht das hier jetzt gleich aus? Ne, sieht es nicht. Okay. Schade. Weil dann würde ich hier jetzt alles so machen. Und wenn das jetzt gleich aussehen würde, dann könnte ich hier einfach... Was ist das, was ich meine? Alle so machen. Habe ich hier an der Ecke eigentlich schon ein paar? Ja, ein paar. Und hier. Die Blöcke drauf platzieren. Und mir fehlen noch eins, zwei, drei. Noch drei Blöcke, Leute. Und noch einmal vier. So. Dann haben wir wieder eine viel größere Plattform hier. Und hier können wir vielleicht auch alles ausfüllen. Weil... Ein... Ein Erdblock fehlt. Gucken wir mal, ob wir den Erdblock bekommen. Ja. Hier ist er. Und... Zack. Haben wir hier jetzt auch keinen kleinen schmalen Weg mehr, wo ich runterfalle. Sondern auch einen schönen großen Weg. Die Plattform wird natürlich auch noch alles zu krass. Irgendwann. Aber ich fahre jetzt auch wieder erstmal den 1 Block. 20. Damit kann ich wieder ein paar Blöcke machen. Und das Haus weiter bauen. Ich hoffe, wir haben bald die neue Ära erreicht, weil... Da mangelt es ein bisschen an wichtigen Items. Wie zum Beispiel Eichenholz. Also... Ist jetzt bei mir eigentlich nicht notwendig. Eigentlich ist hier Cobblestone wichtiger. Weil... Ich baue immer diese Fackel ab. Weil... Ähm... Das ist ja nur zur Schönheit. Deswegen... Den baue ich in der nächsten Folge ab. Schaut... Das ganze Projekt an. Sehr, sehr cool. Finde ich. Und ich würde sagen... Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.